Hallo Welt, hi Hübschen! Ich würde euch gerne heute etwas zeigen. Ich war gerade mit meinem Hund beim Tierarzt. Er wurde am Knie operiert vor ein bisschen mehr als sechs Wochen und heute ist die Bestätigung nicht gekommen, sondern wir waren heute Röntgen und die Tierärzte haben bestätigt, dass sein Bein perfekt abgeheilt ist und der Herkules darf jetzt endlich wieder laufen. Er hat der Leinenzwang und jetzt ist er das zum ersten Mal ohne Leine wieder im Garten nach eben circa sechs, fast sieben Wochen und das wollte ich einfach mit euch teilen. Musik Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Und das war's. Das wollte ich euch zeigen und ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Tschüss.